Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomaten-spiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie einfach ihr ein Konto bei Stargames eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite von stargames.net findet ihr oben gleich die Schaltfläche registrieren. Die ist ziemlich klein, aber auf diese muss zuerst geklickt werden, um sich einen Account anzulegen. Hier wird man nun erstmal nach dem Spielernamen, Passwort, der E-Mail-Adresse sowie dem Sicherheitscode gefragt. Ganz wichtig ist es daraufhin noch, dass ihr die AGB lest und akzeptiert und wirklich mindestens 18 Jahre alt seid. Anschließend könnt ihr unten rechts auf Registrieren klicken. Nach dem ersten Login ist es dann erforderlich, die Ersteinzahlung durchzuführen. Dafür müsst ihr oben rechts im Menü auf Geld einzahlen klicken. Daraufhin könnt ihr hier den Betrag einstellen, zum Beispiel 100 Euro und euch hier eine Zahlungsart auswählen, zum Beispiel Sofortüberweisung, JiroPay, PaySafeCard, MasterCard, Visa, also Kreditkarten, Skrill oder auch viele, viele mehr. Daraufhin müssen dann natürlich noch die Zahlungsdetails eingestellt werden und die Einzahlung wird dann bei den meisten Arten auch unmittelbar gebucht. Das umfangreiche Casino-Angebot ist dann auf der Startseite schon teilweise zu erreichen. Hier findet ihr die verschiedenen Kategorien wie Informationen zum Bonus, das Live-Casino, das Casino an sich oder auch den Poker-Bereich. Oben könnt ihr dann noch auf Slot-Spiele klicken, auf Casino klicken, Live-Casino, Poker, Bingo oder auch Skill. Und hier werden euch dann die vielen verschiedenen Spielarten angezeigt, mit dabei die Klassiker wie Roulette, aber auch viele exotischere Spiele. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun, dem Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.